Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video und heute und zwar zeigen wir euch heute Handstand, Ratschlag, Freeze und ja. Zeigen wir euch noch ein paar andere Tricks, Überschlag, dass uns noch wer anders vorführen wird. Und wir haben noch eine dabei. Sie kann Spagat. Und sie wird auch danach Spagat nach. Ja. Es ist einfach nur einmal. Und eigentlich fangen wir jetzt an mit unserem Video. Ja, jetzt geht's. Jetzt geht's los. Das werde ich jetzt nachmachen. Okay, jetzt macht Sammy einen Ratschlag. Rutschen, Issa. Fuis machen wir alle. Jetzt mach ich einen Ratschlag. Jetzt macht Sammy den Fuis. Jetzt mach ich den Fuis. Also ich mach alles nach Wissen. Jetzt kommt unser Special Gast. Und zwar... Und zwar... Den Namen ist... Er! Sie! Sie! Sie meinen wir! Komm! Ich zeig dich jetzt ein. Komm her! Okay. Du musst dich erstmal hinsetzen. Also es ist... Joy. Joy. Meine Schwester. Ihre beste Freunde. Ja. Ja. Und sie wird euch jetzt den Spagat zeigen. Wir gehen mal her weg. Das ist der beste Spagat der Welt. Spagat mit Jeanshose. Applaus! Und jetzt haben wir noch einen besonderen Gast. Und zwar... Junge. Es war ein Junge. Und zwar... Er! Das ist mein wundervoller Bruder. Und mein bester Freund. Ja. Und er wollte euch jetzt den Überschlag zeigen. Komm. Wo ist ich? Soll ich auch was machen? Das war cool. Okay, Leute. So. Warte. Okay. Okay, Leute. Das war grad nicht sehr toll. Auf jeden Fall. Das war nicht geplant gerade. So. Leute, es hält nicht. Es hält einfach nicht. Jetzt muss ich es umstellen. Hoffentlich hält es jetzt. Es hält! Applaus! Und jetzt wollen wir uns einfach mal verabschieden von euch. Und wir freuen uns auf morgen unser neues Video. Und... Tschau, Leute! Wir machen... Ja? Wir machen morgen... Wir machen Puder... Was machen wir morgen? Marshmallow... Also wir machen essbaren Schleim aus... Marshmallow Fluff und... Puderzucker. Und ja. Tschüss! Tschüss! Tschüss!